das abenteuer geht weiter und damit willkommen zurück zu spyro beim letzten mal waren wir da hinten sind wir einmal hier durch und uns fehlten hier noch ein paar schnelle steine ein ei und auch drei drachen weiß ich gar nicht das war noch so ein zwischenlevel nach die steuerung da unten oder oben und tschüss toll kriegte mich runter war ja was diese steuerung hallo ich brauche ich ja nicht steuerung ist für ein müll steuerung ist für ein müll da kann man auch ein leben bekommen das was ich gerade verlorene muss aber noch mal die steuerung gucken bisschen schlecht grad da war nichts mehr da komme ich überhaupt nicht so okay warten toll ich fall gleich wieder runter aha hat mich fast getroffen und ich bin zu doof zum rennen was läuft mir viel zu schnell irgendwie gerade toll da oben ist nur ein stein gewesen habe ich den nicht eingesammelt hallo speichern ane da gab es noch irgendwie safe na konnte man irgendwie noch machen ich weiß das gar nicht mehr meins meins meiner diese hochrennen konnte ich da nicht okay da ist nix wo muss ich irgendwie lang ich glaub darüber ouch ich hab schon wieder den falschen knopf gedrückt dich idiot war das schon immer so schnell irgendwie oder kommen wir das gerade nur durchs laufen vor ich weiß das nicht nein 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 scheiße da bin ich nicht drauf geachtet ups glaube ich bin wieder abgestürzt kann das tschüss tschüss jaja passiert mir aber nicht nochmal genau rechtzeitig oh tat das weh tat das weh tat das weh so so sollst du hier aufsammeln hallo da geh doch hui hallo und weg war er und der da ok ich soll mal das da oben eigentlich hinkriegen von da aus wahrscheinlich ach jo ist das dein ernst in dem moment wo ich springe aschloch sackgesicht ey tschüss und mal noch ein leben dazu ich verschwende gleich mein ganzes leben wenn ich so weitermach tschau was ist das ich komme an der störung nicht mehr klar ich bin schlecht aber extrem schlecht schon gerade jetzt aber komm arschloch was fällt dir eigentlich die mauer hochzumachen hui hä da hab ich einen vergessen hab ich gar nicht gesehen naja jetzt haben wir das ding jetzt vergiss es drexvieh ok zack dat und dat eldrid danke dass du mich befreit hast ja ja nix zu danken auch für kurzes in der zeit speichern ähm ich muss ganz nur kurz was gucken deswegen ist auch gerade so gespeichert ähm und er wechselt natürlich bildschirmseite wenn ich sie aufmach aha hm keine ahnung was ich da gedrückt habe ich muss nochmal kurz gucken bevor ich da was falsch mache hallo solltest du nicht öffnen ähm ja bei dem anderen wäre ich ganz anders gelandet jetzt hallo tschüss achja konntest du ja nicht verbrinnen das ging ja nicht ähm ja hallo gott bin ich doof wieder mal nee wow haha ähm ja was haben wir hier 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 aber erst mal muss ich hier lang würde ich mal so sagen meins hallo dung sagt er immer au haha war ich nicht ich war das nicht ich war das nicht ach so ein so ein verglühter arsch müsste auch schön sein schön warm dann springt er natürlich wieder runter dann springt er natürlich wieder runter oh gott ey diese scheiße steuerung ich hasse sie nein gott fast wieder passiert dem na na was machst ach der macht dann loch ne ne doch nicht aha äh frage ist wo muss ich denn lang hier erstmal wahrscheinlich ne hallo schlafen müsste toll verkl貨 ist war doch gerade angezündet ne jetzt aber pop 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 bam noch ein paar Edelsteine sammeln oder kann man hier unten ? Ah, man kann die hier untenkommen sammeln noch ein leben juhu noch ein leben Hallo. Au. Au. Haha. Haha. Tja. War wohl nix, ne? So. So. Ich hab gesehen, es gibt sogar Tricks, dass du dich unverwundbar machen kannst. Aber, ne. Nutzen wir nicht. Das ist lächerlich. Zander. Gute Arbeit, Spoiler. Wenn du so weitermachst, lernst du alle Tricks der Magic Craft-Welt. Cool. Dann speichern wir nochmal ein Ründchen hier. Speichern. So. Ähm, ja. Wee. Fliegen wir erstmal da rein. Oh, da ist nämlich noch einer. Hi. Wer ist das? Calvin. Vergiss nicht, dass diese blauen Diebe nicht nur in der Magic Craft-Welt Eier gestohlen haben. Keine Sorge, ich kümmer mich drum. Ja, sondern überall. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Immer dieses, hä, 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 hä. Schnappt sie dir. Da. Nochmal speichern. Hallo, Eierdieb. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Wow. Bis wann geht denn das? Was für ein Dreckssack, ey. Ich hab dich aber gleich. Ich hab dich. Hä, 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 hä. Ähm, heute fliegen wir das neben? Na. Okay. So. Sack. Ich muss die restlichen Dinger mitnehmen. Und das, was ich da eben vergessen hab. Komm, schnapp sie dir. So. Ich weiß gar nicht, hat ich hier jetzt eigentlich alles gesammelt? Ähm, nein. Das war noch der, der da gefehlt hat. Okay. Alright. Bleib da an der Wand, denk. So, die Sache ist halt, darüber zu kommen. Näh. Ich schaff das wieder nicht. Deswegen. Bidien ich mich da einer Sache auch erst mal. Da ich halt speichern kann. Wee. Sag ich ja. War ich nicht. Mich wundert, dass ich da eben nicht draufgekommen bin, ey. Nee, ich krieg die Explosion nicht ab. Doch. Natürlich doch. Ja. Für einen, oder was? Nee. Ach komm. Natürlich. Und nochmal. Das ist, wenn die Steuerung spinnt. Toll. Weil man nicht richtig steuern kann. Weil ich zu doof dazu bin. Zack. Ich mach das jetzt aber nochmal so. Nein, 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 nein. Rauf da. So. Komm, dann nehme ich einfach ein bisschen Schaden. Ist egal jetzt. Hauptsache ich bleib da drauf. Man kriegt das Teil. Und darauf noch. Natürlich. Stütze ich da wieder ab. Wie klar sowas doch immer ist, ey. Hui. Ich war drauf. Aber wird runtergekickt. Ist klar. Toll. Ich will aber nicht Game Over gehen. Äh. Ja. Toll, dann kick mich doch mal runter. Scheiß Explosion. Mein letztes Leben. Juhu. Hab ich das nicht schon mal geschafft gehabt? Ich glaub ja. Nein, kein Game Over. Vergiss es. Jetzt gerade nicht. Mäh. Gott. Ja komm. Nimm ich ein bisschen Schaden. So. Vorsichtig jetzt. Ich will nicht schon wieder um so viel Leben verlieren. So. Na geht doch. Hallo Ase. Jam. Zack. Gefressen. Schubidubidu. Speichern wir hier nochmal. Wir haben es ja jetzt geschafft. War nackt, dass ich das hinkriege. Ich weiß gar nicht. Habe ich hier überhaupt jetzt alles? Bestand. Äh ja. Da fehlen noch welche. Wo denn? Oh Gott. Wo fehlen da jetzt noch welche? Hm. Ach ja. Ich weiß wo. Das hab ich ja gesehen. Da muss man doch irgendwie da rüber kommen. Oh ja. Das wird ein Vergnügen. Hoi. Hallo. Ja du kannst da ruhig rumstehen. Da drüben nämlich. Nächsten komme ich jetzt überall wieder hoch. Ohne dass da was passiert. Da drüben. Von da aus nicht. Also muss ich von hier aus da rüber kommen. Ja mal speichern bitte. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ja das war blöd jetzt. Voll runter. Ähm. So. Jetzt aber jetzt aber jetzt aber. Komm 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 komm. Ja. Geschafft. Aha. Fuck. Geh nicht. Okay. Ähm. Ja. Hab dich. Ja ja. Die sind so beschäftigt. dass. So lahmarschig hier. Sind dann. Komm mal. Da kommt man auch noch runter. Oder wie. Ohne von da komm ich. Aber wieso lebt denn der wieder. Da kann der komische Magier die wiederholen. Hallo. Hallo. Ach da war noch einer. Ja genau. Deswegen wurde ich auch getroffen. Weil ich den zu spät gesehen hab. Anderein. So 거죠. So. Darabababab包. Oh gott. Das wird. mies erstmal gleich ein Schmetterling holen 13 Stück fehlen noch schnapp okay wow 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 oh fuck war das Kinabeben ach du scheiße war das knapp Gott ey hier müssen 10er drin sein ja und ich stürze wieder ab weil ich schaffe immer so komisch zu lenken dabei und dann mache ich eine Bruchlandung nach unten naja jetzt nochmal rüber dann haben wir das Level auch geschafft nach endlich nach vor allem nach endlich das war auch schlau so geht einfach zu lenken was mache ich da eigentlich gerade wobei ich nicht lenken wollte ups nochmal speichern speichern maximus hey cool ich bin genau in meiner Zeit bei 20 Minuten wie tut es mich ist auch nicht schlecht ich hätte es schneller schaffen können aber so bin ich halt so das Level haben wir dann würde ich sagen werde ich erstmal die Aufnahme beenden bedanke mich für das Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Spyro ciao 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 ciao